Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Natural Selection. Hat ein bisschen gedauert bis ich überhaupt auf den Server draufgekommen bin, weil das hat einfach irgendwie nicht klappen wollen. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Sänger dabei, sehr schön. Wir spielen heute mal wieder zu Anfang Marines. Moment, wenn ich den jetzt schon so laut singen höre, wird das später nicht besser werden. Schrauben wir das gerade mal ein bisschen runter. Ja, der Sound ist sowieso gerade ziemlich laut. So. Das sollte genügen. Ähm, ja. Commander haben wir natürlich keinen, weil es mal wieder keiner machen will. Ich werde... Ah, doch, jetzt haben wir einen Commander. Wir spielen, glaube ich, die Karte Mindshaft. Die hatten wir schon mal. Da habe ich doch was gehört. Du kleiner Schlingel, du. So, jetzt geht's los. Ähm... Ja, wir werden natürlich wie immer teamorientiert spielen und nicht unser eigenes Ding machen. Immer natürlich die Ohren aufsperren. Ich habe keinen Bock, dass uns einer in den Rücken fällt. Ja gut, Crusher, ich würde gerne zu Repair gehen und da werden wir auch schon angegriffen. Mensch, der Typ ist immer noch zu laut. Und da höre ich auch schon Füßchen. Ach du Scheiße, so das viele. Aliens hat Pilot Roll 3. So, ja, dann müssen wir jetzt mal ganz schnell wieder hin. Die sollen uns nämlich nicht unseren Collector zerschroten. Haben sie geschafft, Scheiße. Ach du Scheiße, den habe ich überhaupt nicht unter Deck gefallen sehen. Oh mein Gott. Was ein Anfängerfehler. Die stehen jetzt schon fast in unserer Basis drin. Wenn die sich nicht mal ein bisschen ranhalten, die restlichen Teammitglieder, äh, können wir quasi gleich aufhören. So, jetzt passen wir mal auf, dass wir nicht direkt schon wieder beim Rauskommen erschossen werden. Ach, erschossen werden, gefressen werden natürlich. Ich sehe jetzt nix. Okay, Cavalry ist down. Höre jetzt auch nix. Irgendwann pingen wir mal die Map. Dass wir endlich mal unseren Collector wieder aufbauen können. Der soll endlich was hier bauen. Please build a Harvester at Pilot Rail. One second, I will drop it in Pilots. Okay. Also er wird gleich... Da kommt er schon. Next Tractor. Oh. Werden wir zu zweit da gewesen, wenn uns das nicht passiert? Meine Herren. In Main Base, we have Aliens in Main Base. Subi. Und, äh... Das war's dann wahrscheinlich auch schon. Boah, das wird hart, ey. Unseren Commander haben wir gekillt. Okay. So, Nummer eins haben wir. Und den zweiten holen wir uns auch noch. Nääää, ich hab' nicht gekriegt, aber das ist okay. Gehen wir uns mal schnell heilen. Ganz schnell. Nicht, dass wir jetzt gleich noch eine zweite Welt schicken, die Aliens. Und dann sind wir nämlich auf jeden Fall hinüber. Ich steh' jetzt hier mal schmiere. It's not on iron. Thanks. So. Sehr gut, ein zweites Infantriebratal, das ist wichtig. Observatory. Was haben wir jetzt noch? Okay, ähm... Detektor quasi. Dann können sie sich nämlich nicht unsichtbar an uns heranschleichen. Mh... Und dann soll er mal anfangen, ein paar Sack zu erforschen. Was will er denn noch hier bauen? Ah, sehr gut. Ein Laboratorium, sehr wichtig. Erstmal unser rushen, Deposit. Okay. Dann sollten wir uns vielleicht alle mal drum kümmern. Wir werden jetzt zwar unsere Basis ganz schön offenlegen, aber... Da höre ich doch schon was. Da sind nicht nur Menschen in Triple-Schrittchen. Also dann gehen wir alle schön zusammen rein. Ich bin jetzt letzter, ich hasse es als letzter zu laufen. Mal eins. Zwar nicht ich bekommen. Wow. Oh, was war das denn? Oh, was war das denn? Oh, da unten ist einer, den hab ich gesehen. Kann mich aber nicht ran. Oh, ein Gorges. Oh, mein Gott, die sind ja alle schon tot. Was ist das denn für ne Scheiße? Kein Wunder, dass ich gestorben bin. Sehr gut, Shotgun wird erforscht. Jetzt muss ich mich beeilen. Wo ist denn, wo ist er, wo ist er, wo ist er gegangen? Don't spread out and go along. We need to keep together. Was haben wir denn hier noch so? Hier ist nix. Obwohl das eigentlich ein perfekter Ort für den Hinterhalt wäre. Turn off the lights, please. I can't see anything. Thank you. Okay, ich seh jetzt hier grad mal gar nix. Aber jetzt müssen wir uns mal ein bisschen aufteilen. Ich steh jetzt hier erstmal schmiere. Beziehungsweise, ich werde mal schnell das Facegate aufbauen. Ich hoffe, dass ich das auch überleben werde. Okay, Gap, also der Raum vorher ist unter, unter angegriffen. Da werden wir jetzt gleich mal hinlaufen. I need one for Gap, please. Okay, hat mich keiner gehört oder wollte mich keiner hören? Hier ist einer. Ich weiß auch nicht, wo. Der ist er. Mist. Mist, der hat mich auch noch erwischt. Ich glaub's ja nicht. So ein verkackter Lurker. We have a Lurker in the Gap. So, ein Mist. So, ich mach mir ne Schrotflinte und baller den Arsch weg. Und noch ein Tool zum Reparieren. So, jetzt können, jetzt können wir mal gucken, ob er nicht nochmal umlegt. Wo ist er? Wo ist er? Mist, da komm ich nicht hin. Boah, wo kommt der denn her? So, boah, mein Gott. Ein Glück ist der mir voll in die Shotgun gelaufen. Da hab ich mich jetzt echt erschreckt. Aber der Lurker ist da immer noch irgendwo und das bereitet mir Kater ein bisschen Sorgen. Lurker in Gap. Keine Situation bei einer Shotgun. Ist er down? Ich hab grad einen Turm angefordert, weil ich gehofft hatte. Dass wir hier ein bisschen besser verteidigen können. Aber der Commander hat gesagt, wir haben gerade keine Kohle für solche Sachen. Ja gut, was willst du machen? Ist doch immer so. Nie langs Geld. So, und da ist gerade einer von unseren Jungs draufgegangen, weil wir hier was gebaut haben. Das war natürlich voll scheiße. Da ist einer, hab ich doch gesehen. Ein Herr Duschgel verlangt gerade, dass er surrendert. Dann komm ins Händler. Da höre ich jemanden. Ich hab's gewusst. Sehr schön. Oh, und da ist noch einer. Das war ein Lurker. Moment, dann verstecken wir uns erstmal hier eben, unter dem Teil drunter. Oh Mist. Jetzt setze ich hier ein bisschen in der Falle. In der Falle, Baby. Last Shotgun and Verlantype. So, Mist. Dann hat er mich doch noch erwischt. Ich kann dir nicht helfen, wenn du unter dem Bait. Sorry. Haben wir eigentlich auch ein paar Deutsche auf dem Server. Keine Deutschen auf dem Server. ja ich verstehe deutsch nur nur interesse halber so wusste er denn jetzt hin oh da kommt einer ach du scheiße Junge zieh dich zurück ach du heilige scheiße in the snake pass we have two lurkers and skulks was hat der deutsche dann einfach nichts was einfach nichts dann sehe ich doch schon wieder we have a fate in the gap fate in the gap gab es halt immer fällt immer scheiße der bringt dich schneller um als du gucken kannst ja gut wir müssen auf jeden fall die gap halten jetzt haben wir wenigstens schon mal einen kleinen tech vorteil hoffe ich zumindest dass es ein vorteil ist die aliens drehen nämlich gerade ganz schön auf gut wir sind auch zwei weniger aber das will keine entschuldigung sein oh 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 Ja, das ist eine neue Attacke. Jetzt schreibe ich gerade mal ein bisschen Werbung. Sorry for the advertisement. Aber man muss ja ein bisschen Werbung machen, sonst wird mir ja nichts bekannt. Aber da habe ich mich auch gar keine Probleme mit. So, jetzt ist hier auch noch der Strom aus, supergeil, also wir werden wahrscheinlich gleich verlieren. Zusammen bleiben, zusammen bleiben, stick together guys, oh mein Gott. Jupp, der Drops ist wirklich gelutscht. Die Runde war mal grad gar nichts. Ach du Scheiße, jetzt fangen sie auch noch mit Granatwerfern rumzuballern, das bringt jetzt auch nicht mehr. Meine Fresse, jetzt stehe ich hier voll in den Sporn rum, raus, 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 raus. Schnell heilen und dann hoffen, dass wir nicht gleich sterben. Ach komm, wir kaufen uns einfach mal auch Granatwerfer, das wird schon laufen. Da ballern wir auch mal runter, falls da was kommt, aber ich glaube es momentan eher nicht. Gibt auch gar keinen Grund. Ach du Scheiße. Weg. Sehr gut, einen habe ich erwischt. Buschgel hat einen zweiten geholt. Und der Lurker geht uns wieder allen auf die Eier. Meine Fresse. Jetzt mal hier hoch. Ach du Scheiße, jetzt kommt auch schon der erste Bonus. Und jetzt habe ich ihn auch noch selbst getötet. Wie peinlich. GG würde ich mal sagen, ne? Was willst du da machen? Jetzt ist echt... Ein Fade haben wir jetzt auch noch drin, nein. Oder zwei sogar, ich weiß es jetzt gar nicht. Das war auch eher ironisch gemeint, Duschgel. War ja auch eher ironisch gemeint. Alter, meine Fresse. Haben wir gerade das Infantik? Naja, warum kann ich das bauen? Warum kann ich das bauen? Geht doch. Haben wir noch genug Kohle, um uns einen Granatwerfer zu holen? Ja, schade, ne? Dann, äh... Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zur nächsten Runde. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Natural Selection 2. Tschöö.